Aus dem Johannes-Evangelium hören wir heute die frohe Botschaft. Ich bin fast versucht zu sagen, Jesus will es wissen. Zum dritten Mal fragt Jesus Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Und er gab zur Antwort, Herr, du weißt es, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Diese Erfahrung des Petrus bringt mich immer etwas ins Schleudern. Will Jesus ungeteilte Liebe? Warum fragt Jesus dreimal nach, hallo Sohn des Simon, wie ist es mit dir? Wie steht es mit dir? Wie ist deine Liebe zu mir als Jesus Christus? Will Jesus ungeteilte Liebe? Will er, dass neben der Liebe zu ihm keine andere Liebe stattfinden kann und keine andere Liebe stattfinden darf? Ich glaube das nicht. Jesus duldet, ja, Jesus gutiert auch die Liebe zu anderen, neben der Liebe zu ihm. Aber sie soll nicht zu kurz kommen. Sie soll nicht eben so wie die Liebe von Mensch zu Mensch eben sein. Diese Liebe, die manchmal aufhört, die manchmal kleiner wird, die manchmal nicht mehr da sein wird oder kann. Die Liebe zu Jesus ist anders, sie ist beständiger, sie hält, sie erträgt eben auch immer wieder manche Situationen dieses Lebens, die uns ins Schleudern bringen. Das ist das, was ich aus dieser Schriftstelle lerne. Die Liebe zu Jesus ist wichtig, aber es soll auch eine andere Liebe zwischen Menschen zu Menschen daneben auch geben können. Ich möchte sie segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.